Philemon und Bautzis In jenen Zeiten, da die Götter noch auf Erden wandelten, geschah es einst, dass Vater Zeus in menschlicher Gestalt die Häuser der Irdischen besuchte. Er war in Begleitung seines Sohnes Hermes, des Götterboten, und beide wollten die Gastfreundschaft unter den Menschen kennenlernen. Aber wo die beiden schlichten Wanderer auch anklopften und um Speise und Obdach baten, keine Tür öffnete sich ihren Bitten. War das Herz der Menschen so verhärtet, dass sie nicht den Bedürftigen Einlass geben wollten? »Wir machen noch einen letzten Versuch«, stieß Zeus ingrimmig hervor, als sie sich dem Ende des Dorfes näherten, denn längst war seine göttliche Geduld erschöpft. Und wirklich, kaum pochten die Himmlischen an die ärmliche Behausung, da wurde die Tür sogleich gastfreundlich geöffnet. Es war nur eine bescheidene Hütte, ärmlich und mit Schilf gedeckt, aber welch frommer Sinn herrschte hier. In dieser Hütte wohnten Philemon und Bautzis. Schon in ihrer Jugend hatte das Schicksal sie in ehrlicher Liebe zusammengeführt. In Liebe und Treue waren sie alt geworden und lebten nun gemeinsam ihren Lebensabend. Die beiden spürten nicht Not und Armut, weil ihre Liebe ihnen über ihr karges Los hinweg half und alle Dürftigkeit leicht machte. Kinder besaßen sie nicht, und war ihr Häuschen auch klein und bescheiden, so war es doch ihr eigenes, und sie schafften und wirkten darin als Diener und Herren zugleich. Die Götter mussten ihr Haupt recht tief beugen, als sie durch die niedrige Tür schritten. Sogleich traten ihnen die weißhaarigen Alten mit freundlichem Gruß entgegen. Philemon zog eifrig die Sessel herbei und hieß die wandermüden Gäste sich ausruhen, während Bautzis ihnen eine weiche Decke bereitlegte. Dann kniete sie vor dem Herde, schichtete trockene Rinde und Reisig auf die noch warme Asche, hauchte vorsichtig die Glut an und blies mit schwacher Kraft in die Flamme. Bautzis holte gespaltenes Holz herbei und stellte den Kessel aufs Feuer, während Philemon ihr, wie er es gewohnt war, hilfreich zur Hand ging und in den Garten eilte, um Kohl zu holen, den er mit geschickten Händen entblätterte. »Heute wollen wir uns zu Ehren unserer Gäste etwas Besonderes erlauben,« sagte er lächelnd zu seiner Frau, und sie stimmte ihm eifrig bei. Er holte von der rußigen Zimmerdecke einen geräucherten Schweinerücken herunter, den die beiden Alten sich für einen festlichen Anlass aufgespart hatten, schnitt ein tüchtiges Stück ab und warf es ins kochende Wasser. Die Götter schauten wohlgefällig zu, wie die beiden Alten sich mit rührendem Eifer mühten, es ihren Gästen bequem zu machen. Philemon suchte sie, durch ein freundliches Gespräch zu unterhalten, Bautzis schleppte eine Holzwanne herbei, um den wegmüden Füßen der Gäste ein Bad zu bereiten. Und während die Götter behaglich die Füße ins warme Wasser steckten, machten die Gastgeber das Ruhelager fertig. Die Liegestadt, auf der man in jenen Zeiten die Mahlzeiten einzunehmen pflegte, stand mitten im Zimmer und war mit Schilf aus dem nahen Teich gepolstert. Philemon schleppte noch Decken herbei, die sie sonst nur an Festtagen hervorholte. Sie waren zwar einfach und abgenutzt, aber die Götter hatten so viel Freude an dem Bemühen der freundlichen Alten, dass sie alles dankbar annahmen. Inzwischen war das Essen fertig geworden. Bautzis rückte mit ihren zittrigen Händen den Tisch vor das Liegesofa. Er hatte zwar nur drei Beine und stand nach der einen Seite ganz schief, aber das eifrige Mütterchen wusste schnell Rat. Die göttlichen Gäste lächelten in sich hinein, als sie rasch eine Scherbe unter das eine Tischbein schob, und der Schaden war behoben. Es war etwas so Rührendes in all ihrem geschäftigen Tun, dass die Götter die Augen nicht von ihr abwenden konnten, wie sie nun den Tisch abrieb und die Speisen auftrug, die sie trotz aller Armut herbeigezaubert hatte. Da waren frische Oliven und herrliche eingemachte Kirschen, Rettich und Endiviensalat, Käse und gesottene Eier. Wer wollte da noch von Armut reden? Philemon holte inzwischen den bunten Tonkrug herbei, stellte die geschnitzten Becher vor die Gäste und schenkte von dem selbstbereiteten Wein ein. Es wurde ein Festmahl, wie es der hohen Gäste wert war, und dabei ahnten die beiden Alten nicht im Geringsten, wen sie in ihrem Hause beherbergten. Zum Nachtisch reichte Bautzes Nüsse, Feigen und Datteln, alles war aus eigener Ernte, auch Weintrauben fehlten nicht, und zuletzt gab es eine Scheibe goldgelben Honig. Die Götter waren wieder versöhnt nach der schlechten Behandlung, die sie vorher von hartherzigen Menschen erfahren hatten, was ihnen aber am besten gefiel, das war die strahlende Mine der beiden Alten und die Freundlichkeit, mit der sie die Gäste immer wieder zuzulangen baten. Die Götter hatten sich nicht nötigen lassen und dem Mahl alle Ehren angetan. Auch dem Wein sprachen sie wacker zu. Der Hausherr schenkte von neuem die Becher voll, einmal, noch einmal und ein drittes Mal. Ungläubig blickte er in seinen Krug, er wollte nicht leer werden. Nein, immer wieder füllte er sich mit Wein bis zum Rand hin. Philemons Augen weiteten sich in fassungslosem Staunen, sie glitten von dem Krug auf die Gäste, und da erkannte er, wen er aufgenommen hatte. Auch der frommen Bautzes öffneten sich die Augen. »O, zirnet uns nicht«, riefen beide ängstlich aus und hoben die Hände zu den Göttern empor, »O, zirnet uns nicht, dass wir euch nur solch kägliches Mahl vorsetzten!« Ehe die göttlichen Gäste Einspruch erheben konnten, eilten sie in den Stall hinaus, um ihre Gans, ihren letzten Besitz, den himmlischen zu opfern. Aber das verängstigte Tier war schneller als die beiden eifrigen Alten, schnatternd und flügelschlagend entwischte es ihnen, flatterte ins Haus hinein und suchte hinter dem Rücken der Gäste Schutz. »Wer schutzflehend zu den Göttern kommt, bittet niemals vergeblich«, sprach Zeus und lächelte sein göttliches Lächeln. »Ja, wir sind Götter. Wir sind zur Erde hinabgestiegen, um den Menschen ins Herz zu schauen und ihre Gastfreundschaft kennenzulernen. Aber alle, die wir besuchten, zeigten sich hartherzig. Keiner von denen, die die Probe nicht bestanden haben, soll der verdienten Strafe entgehen. Die beiden Alten blickten betroffen auf den zornigen Göttervater. Sie wollten um Nachsicht für die verblendeten Mitmenschen bitten, doch Zeus' Entschluss war unabänderlich. »Verlasst sofort eure Behausung und folgt uns auf den Berggipfel«, befale. »Ich will nicht, dass ihr unschuldig mit den Schuldigen leidet.« Die beiden Alten griffen zugleich gehorsam nach ihren Stöcken und klommen den Berg hinauf. Noch hatten sie den Gipfel nicht erreicht, als sie den Blick ängstlich zurückwandten. Die ganze weite Landschaft war in einen See verwandelt. Alles war von den rauschenden Wellen bedeckt, die Wälder, die Felder, die Dörfer. Nur ihr Häuschen ragte verloren aus der Flut heraus. Fassungslos starrte das fromme Paar auf das furchtbare Gericht und in innigem Mitleid beweinten sie das Schicksal der Menschen. Während ihr Blick über die Wasserwüste glitt, war Zeus hinter sie getreten. Und siehe da, was für ein göttliches Wunder vollzog sich vor ihren Augen. Die armselige Hütte, die dem schrecklichen Strafgericht entgangen war, verwandelte sich plötzlich in einen herrlichen Tempel. Das Dach schimmerte in strahlendem Gold und ruhte auf ragenden Säulen. Die Mauern wie der Boden waren von schneeweißem Marmor. Philemon und Bautzis hielten sich an den Händen und schauten in andächtigem Schweigen ins Tal hinab. Da richtete Zeus den Blick auf sie. Philemon und Bautzis, sprach er, ich gebe euch einen Wunsch frei. Nur wenige Worte wechselten die beiden miteinander, dann gab Philemon die Antwort. Allvater, sagte er demütig, da du uns in deiner Güte einen Wunsch freigibst, so höre unsere Bitte, lass uns deine Priester sein in jenem Tempel dort unten. Und wenn du uns den Schmerz ersparen willst, fuhr Philemon fort, einst am Ende unseres Daseins das Grab des Ehegefährten zu sehen, so lass uns beide in der gleichen Stunde aus dem Leben scheiden. Wohlgefällig blickte Zeus auf den Alten. Solche Bitte ehrt euch beide, wie all euer Handeln. Sie sei euch gewährt. So lebten Philemon und Bautzis als Hüter des Zeus-Tempels. In Treue übten sie ihr Priesteramt, solange der Allvater ihnen ihr Erdendasein bestimmte. Viele Jahre später, als das Alter ihnen endlich die Lebenskraft nehmen wollte, standen sie zusammen auf den Stufen des Heiligen Tempels. Wie wunderbar ist doch das Geschick, das uns die Götter vorbestimmt haben, sagte Philemon zu Bautzis. Da sah er sie plötzlich im grünen Laub verschwinden. Im gleichen Augenblick entschwand auch ihr den Blicken der Gattin. Schon schmiegten sich dichte Blätter um das Antlitz der beiden. Lebe wohl! Lebe wohl! Und hab Dank für alle Liebe! Das waren ihre Abschiedsworte. Und dann wuchsen sie zu zwei dichten Baumkronen empor. Noch nach mehr als tausend Jahren zeigte man dem Lande Phrygien die uralten Bäume, die Eiche und die Linde, die treu vereint zusammenstanden, wie einst im Leben Philemon und Bautzis unzertrennlich treu zusammengehalten hatten.